So, wir sind wieder da. Ähm, wir haben jetzt einen Auftrag oder eine Aufgabe freigeschalten, in dem wir Level 18 geworden sind. Ähm, Moment, das ist falsch. So. Warte, da. Nein, doch nicht, verdammt. Ähm, Mission, kann man eine Mission sagen? Nein, nein, nein. Doch, doch. Der Abgrundmager. Sozusagen Story auftragen oder so. Wohl, wir müssen jetzt noch mal achten. Darum können wir dem jetzt folgen. So reporten wir uns doch mal in die Nähe davon. Wir sind wieder mal gleichzeitig am Recorden und Streamen. Passt, passt. Los geht's. Also geht's. Wie geht's Mus.' Was ist raus? Ungefangen hat sich immer wieder, wenn die H boat nicht klickt. Das ist know, dass wir Zeit irgendwann hat sein. Sie werden zu Hause, dass er in der Hia zu kommen ist. Oh my Gott er pagar. Es ist ja wirklich super verliesslich. L2 L2 Ah nein, warte, er ist sandisch. Moment. The Abyss Order. Enemies of the human race. Even the underground networks rarely come across any information on them. With that said, it was a bit of a hassle, but I managed to dig up a few clues. Really? That quickly? Come to think of it, Mr. Big Animo God Bar- Uh, how do I put it? The Seven, as people now know them, were once known as the Seven Archons. Each Archon presides over their own part of Tevat. That is the role the Archons play. Only in performing this duty can we attain power. But I don't like the idea of ruling Mondstadt, and I don't feel Mondstadt would really like it either. Go forth and establish a city of freedom without rule. We have not forgotten Barbados' wish for Mondstadt. Jean, you're such a devotee. Maybe someone got a little too free and is just too lazy to care. Uh, however it may have come to be. Without a doubt, I am now the weakest Archon among the Seven. Oh, you flatter me. Oh, such a humble god. Is it a blessing or a curse? Hmm. But we digress. Let's get back to the topic at hand. The common- We have tracked the Abyss Mage to the vicinity of the winery. I cannot stress enough how important it is to not let it escape. Come on. Up and move! I can do better now. Look, I'm ready for a way. We need to leave the house and place the house. I can't wait for it. Yeah, go. I can't wait for it. I can't wait for a second. Ja! I'll catch up I won Fuck Food Steady ice stone I'll catch up They missed a spot I must leave no stone unturned Super time for the next day Someone needs assistance Cool it 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 Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Oh, heute geht's. Oder ist das der nächste Auftrag? Das ist der nächste Auftrag. Okay. 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 Wow. Wow. Das war's für heute. Okay. 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 Oh, across. Okay, Isaac. Can you do? Am I? Oh, das ist... Ja, ja! Ja, ja! Ich muss das andere drin machen... Hm... Zutaten haben wir auch... Machen wir dann... ...euh... ... 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 Das ist ein Ball oben, wo er poppt, würde ich nicht. Das ist ein Ball oben. Die Schwarzen sind vernichtet, endlich. Das ist ein Ball oben. 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 Das ist ein Ball oben.